Hallo und herzlich willkommen meine lieben Leute zu einem neuen Part von Minecraft ich würde jetzt am liebsten natürlich Projekt sagen aber ist es ja auch soweit ich mich erinnern kann, wollte ich mich auf die Suche nach Diamanten machen ich hätte bloß glaube ich erst mal aufgehört danach erst mal einen kleinen Timestopp gemacht weil ich muss irgendwo woanders mal graben das geht mir irgendwann auf die Nerven alle die momentan einfach mal stream gesehen haben haben gesehen dass ich in meiner Welt einfach diamantreich bin einfach und diamantreich ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd das mit Diamanten halt einfach ich habe eine ganze Rüstung und so halt also so richtig witzlos nicht witzlos ich bin natürlich stolz darauf aber muss einfach mal bei mir verstehen das ist so ein bisschen nervig auch ist deshalb hoffe ich dass ich jetzt auf Diamanten gehen werde ich mache mir kurz Fackeln für euch an das mache ich schon mal wieder gerne ich brauche jetzt mal ey ich habe mir eigentlich in diesem Projekt halt vorgenommen was ich glaube schon mein Stream ist Stream schon gesagt habe mein Ziel ist es eigentlich den Wither zu besiegen einmal höchstens einmal und dann noch den Ender Dragon zu besiegen plötzlich lassen wir halt bei solchen Sachen das ich mir irgendwie gerne zahlt also versteht mich da nicht falsch wenn das so ein bisschen lang gezogen ist oder so aber ich wäre jetzt auch nicht 30 Minuten für eine Folge machen also na ist auch blöd ähm deshalb hoffentlich könnte das einfach mal verstehen und ich weiß nicht ob diese Folge jetzt so besonders wird ich denke mal nicht so jetzt bin ich ab der Höhe angelangt jetzt können wir weiter kram vor allem habe ich doch kein Eis ach beste Vorbereitung gleich mal ein Smaragd das was ich aber nicht brauche ey Leute gib mir Eisen gib mir bitte Eisen bitte bitte einfach Eisen kein Smaragd ey Leute versteht mich nicht falsch ich finde Smaragd übelst geil zu finden aber ich brauch es nicht nein Redstone brauche ich auch nicht ich brauche erstmal Eisen sonst kann ich hier gleich wieder raus gehen obwohl ich kann meine Steinspitze nehmen aber nicht wenn ich die ausfinde ausrasten werde das soll hier mal endlich Fortschritt erzielt werden boah das kann ich nicht im Ernst sein so bis 6 ja hab ich also muss ich jetzt ernsthaft Eisen finden ach komm jetzt brauch ich wieder auch gottseidank aber nicht nur eins bitte danke kleine pickaxe oh sogar noch ein bisschen mehr cool auf der Höhe auf der Badrock Höhe geil man wird schon mal wieder cool aber jetzt brauchst du aber nicht einfach mal einfach mal so viel wollte ich jetzt auch wieder nicht aber umso mehr umso besser sag ich schon mal ich muss da jetzt mal ich muss jetzt mal hier weiterkommen ey das gibt es nicht ich muss halt irgendwo eine gute Mine mal finden oder so ein Minchacht was weiß ich aber nein natürlich habe ich in meiner privaten Welt gut private sind nicht unbedingt es war eher von mir so eine abwechslung da muss natürlich Minchacht und was weiß ich für Glück haben diamantenglück das haben auch gott ich werde diese Welt erstmal behalten man sie ist so geil man die hätte man die stream schauen die wissen dass jetzt die letzten Tage diese Welt einfach so perfekt ist und dass ich einfach so viel luck habe also ich kann das selbst nicht mal weg bis sie schlauer bis sie formen sichtfeld der junge witzig danke oder auch nicht weil du immer noch da bist klar war nach Eisner hat es ja es ist jetzt das kann doch jetzt nicht sein auch Kies die ja mut macht was wir machen wir war und wir auch und doelts mit kein Mann und jetzt gefunden ich bin so blind er bin so blind ich bin doch fisch Ok, ich nehme das auch sehr spät auf Aber whatever man Um drüber sehe ich es so oder so nicht Lelelele, jetzt endlich gefunden Ich wollte schon sagen, dass ich das jetzt schneiden werde Ich habe keinen Bock, sondern mehr Dass ich hier ewige warten Und ich meine, wenn ich jetzt nur die ganze Part Bauen würde Dann würde das für euch bestimmt auch langweilig sein Wenn wir einfach mal ehrlich miteinander sind Warte mal, Kies brauche ich nicht Verpiss dich, Kies Diamanten Ey, aber jetzt nicht nur Ey, glaubt nicht, wie ich mich jetzt freuen tue Ja, gleich den Jackpot Oh, ich kann ja nicht mal mit mir tragen Ach, anzieht, verpiss dich Ja, sechs Diamanten Wuhu Äh, Jackpot Das reicht erst mal So Jetzt können wir sogar bald in den Netter gehen Wuhu, da freue ich mich Ist mir egal, wie ich mich freuen werde Aber es ist ganz gut Bam So, dann muss ich noch ein bisschen Obsidian aufreißen Dann muss ich schon wieder was weghauen Und da tue ich die Samen jetzt weghauen Das war mir schon so klar So kommt Ja, ich hab was Leeres frei Das sagt Bauen Da brauch ich unbedingt Effizienz Ich werde das ungefähr wie bei meiner Welt hoffentlich machen Boah, Mann, Mikro, pisst dich Ähm, na, okay Shit Zwei ist natürlich jetzt nicht gut Das ist ganz gar nicht gut Ähm, ja Ne, ich muss noch ein bisschen mehr holen Okay, Leute Wir haben jetzt die Diamanten gefunden Und ich würde kurz Ich würde Naja, gut, das Redstone baue ich noch ab Ansonsten würde ich da mal kurz einen Cut machen Okay, ich habe ja noch Redstone Bei mir Nur vielleicht für das Obsidian noch Oder dann, wo ich zu Hause bin Oder aus dieser Bude raus bin Muss ich noch überlegen Weil jetzt mal ganz ehrlich Ich würde euch das jetzt nicht unbedingt antun Das Hauptziel war die Diamanten zu finden Das haben wir gemacht Ist auch gut so Oder warte, ich baue mich gleich nach Ne, das geht nicht Ich weiß auch noch nicht, ob bei mir in der Nähe jetzt irgendwo was war Okay, jetzt verpisse ich mich eh von der Höhe Geh mal erstmal raus und safe in das ganze Zeug Was haltet ihr dann davon Eine gute Idee, okay Gut Ich war auch schon mal ein Überlegen, ob ich das Minecraft Projekt auch mal streamen werde War ich nur aber, Kollegen Ich glaube, ich lasse das so So einfach schön in der Aufnahme Okay So jetzt gehe ich schnell nach oben Okay Ja, hier gibt es noch so viel zum abbauen Bevor jetzt irgendwas sagt Ich muss erst einmal mein Zeug sich aufbewahren Hatte ich, hatte ich Ja, ich hatte mein Haus gehabt Aber das ist nicht auf der Map Nee, ich gehe auch gerade nicht mehr Oder Das geht zumindest zurück, okay Das war mein Bestes So, aber auf jeden Fall hoffentlich freut euch das erste Mal Das ist endlich diese verdammten, die er es hat Und ich freue mich so, dass wir jetzt endlich bei den Netter gehen können Aber wir können natürlich auch noch ein bisschen Höhen erkunden Ich meine, ich habe gleich Ah, steht da fehlt noch was Für den Zaubertisch Alles genau, alles mit der Zeit machen Wie gesagt Passt Ich will erst mal vor, dass wir was gefunden haben Nee, ich habe keinen Platz Ach, wenn ich diese Höhlen sehe, man Die will ich alle erkunden Nur Gottverdammt habe ich keinen Inventarplatz mehr Warum auch immer Also Ich hätte, glaube ich, hier ein Haus bauen sollen Jetzt bin ich wieder auf der Map Aber das heißt ja nicht, dass ich hier auch ein Haus bauen kann Da bräuchte ich eine zweite Karte Wenn ich zumindest einen kleinen Überblick habe Wovon, wo ich dann gehe und so Aber jetzt gehe ich erstmal mein Zeug nach Saifen So Dann kann ich das trotzdem so lassen Das ist jetzt das erste Mal Knochen Knochen habe ich jetzt nicht Sehe ich jetzt gerade So, mein Haus Jetzt muss ich erstmal suchen Das ist auch schon wieder ewig, ja Aber ja, wie gesagt Ich will das jetzt auch nicht in Speedrun oder so machen Auf keinen Fall Aber ich wollte halt erstmal das Wichtigste erledigt haben Falls er das versteht, also hoffe ich zumindestens Hören wir mal am Ende nur das Gleiche, das ist so ein bisschen langweilig So am Stück, wenn ich jetzt meinetwegen drei Folgen gebaut hätte Um die erst zu finden Hätte man sich vielleicht auch angesehen, aber vielleicht nicht so sehr Gibt es ja immer ein paar special Gäste, die das so sehen So, das müsste jetzt die Höhle sein Ja, das ist die Höhle Ja, das ist hier, weil ich erkenne es an dem Dann musste das Haus Aber falls ich es vergessen sollte, können die Markierung Schönem, äh, auch bei einem Falls ich dort nochmal hingehen sollte Ich bin nicht so gut im Merken Nicht immer Also falls ich die Location mal vergessen habe Dann könnte ich mich daran erinnern Wie gesagt, aber dann guckt lieber nochmal zurück Weil dort waren ja die Koordinaten Der Wüstentemper, hatte ich den schon ausgenommen? Doch, weil dort ist ja die Karte hingegangen Von ihr Hunde, ich will euch alle haben Ich will euch alle haben Aber endlich Naja Ich habe jetzt gerade nicht so viel zu sagen Weil ich erst mal mein Zeug sich aufbewandle Wenn mir das auf die Nerven geht Weil nachts ist es ja so Wenn man jetzt ein Gebiet hat Meinetwegen das, äh, Wiesenbiom Da kommen mehr Monster und sowas Ist zwar eine coole Sache, aber Na, ist auch ein bisschen übertrieben Gerade wenn ich auch schwierig habe Ach, Gott sei Dank Auch wenn es vielleicht jetzt heute, naja Vielleicht ist es nur eine prägelnde Folge war Ich bin zufrieden Sie teilt jeder auch immer anders Aber ich bin zufrieden Ich habe meine Dias Ich habe Dias gefunden, also Ich kann mich nicht beschweren Denn jetzt können wir fast den nächsten Schritt eingehen Trotz so ein Joke Blöder Ofen Wo soll ich den denn jetzt vielleicht Ach, komm Tue ich jetzt mal ein So, Schallplatten hatte ich plus eine Ja, die 13, okay Ich hätte schon kein Schild gemacht Blöcker Schellen geordnet Diorit, Obsidian, Körbis, Stein Wolle und Farbton, damals Schwarz, Weiß und Braune Woller Dann haben wir essen Na gut, das könnte ich braten Essen, Spitzacke kommen weg Das weg, das Das weg, das So, dann können wir das schon mal aufstocken lassen So, das Hühnchen gibt's mal her Okay, ich weiß jetzt ganz schon mal, weil wir schon länger, wie wir jetzt schon wieder sind Naja, Flüsterlandeimung Ist ja jetzt auch egal Wird es dunkel, naja, langsam Auch wenn es heute nicht so besonders war, würde ich sagen Also, ja, ich habe jetzt gerade nichts weiteres vor Wir haben zwar ein paar Hunde uns, also ein Hund Ich meine, ich habe jetzt alles sicher, äh, verstaut Auch was ich mir aus einem Diamant noch machen kann Ah, nicht, aber auch zwei Judebox könnte ich machen Dann könnte ich einen Zaubertisch, naja, gut Und die Erschwert kann ich da nicht machen Äh, müssen wir überlegen Ja Naja, wie gesagt, war jetzt nicht besonders Boah, ich wurde jetzt einfach was gefunden So, Essen safe aufbewahren Ey, ich muss so unbedingt essen, so, das gibt's einfach nicht Ach gut, das muss noch So, das haben wir vielleicht nämlich mit Ja, okay Leute, wenn es euch gefallen hat, dass wir mal eine Bewertung da Mal gucken, wie man es weitermachen Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder nicht wahr So, noch irgendwas sagen Naja Sag tschüss zum Hundi Okay, Leute, das war's jetzt, äh, ciao Ciao